Du, Malek, jetzt habe ich eine intime Frage. Na bitte. Ich meine, es geht mir nichts an. Aber ich möchte mal wissen, was ist eigentlich los mit dir und mit deiner eigenen Frau? Ach, Josef, hör auf, hör auf. Ich noch nicht wissen, aber ich glaube, ich müsse mich lassen scheiden. Ja, bei uns gibt es nur noch Streiterei. Dabei, ihr wart immer so ein großes Vorbild für meine Ehe. Wann haben Streitereien angefangen? Ach, schon lange, vor 33 Jahren, am Tag von Hochzeiten. Sie wollte unbedingt mit aufs Hochzeitsfoto. Ja, das verstehe ich.